Hallo zum siebten Tag von Fittes Grün. Es windet, wie man schon an meiner Frisur sehen kann. Es ist unglaublich kühl und ich hoffe einfach, dass es wird noch wärmer und dann haben wir heute einen richtig coolen Drehtag. Meine Aufgabe ist, Leute schminken und es ist besonders wichtig, dass sie natürlich aussieht und dass, weil es ja eigentlich warm ist, ihr Gesicht aussieht, als würde ihr warm sein. Das heißt, sie ist ein Hulto und nicht so. Alles gut. Alles komplett. Ja, Laura. So? Ja, so. Ja, dann nutze ich die Markierung einfach trotzdem für den anderen Fuß. Das ist gut. Ja, die sehe ich. Ach, ist nicht so gut. Süß. Süß. Kann sich jemand hier, also ich will gleich mal vor den Herr laufen, wenn die rennen. Irgendwie wer hier als Puffer hinstellt. Ja, ich stehe hier. Wir sind hier auf dem Domino's Turm. Es ist sehr windig. Und hier ist jetzt der Showdown unseres Films. Geil! Du machst heute hier den Ton. Was sagst du zu den Bedingungen am Set? Opa! Nein! Du machst heute hier die Kamera. Was sagst du zu den Bedingungen am Set? Hä? Ich hab den drauf, ja. Okay, dann müssen wir da so nah gehen, dass wir den nicht sehen. Okay. Das fette Grün, was tut das? Das fette Grün? Das fette Grün? Es umhüllt mich, ne? Umforscht mich. Das braucht mich. Hier ist am besten. Es erwerben Sie mich? Das fette Grün, was macht das? Ja, das macht was mit mir halt. Es macht was mit mir, genau. Es dringt in mich ein. Es dringt in mich ein. Und kommt unten wieder raus. Das fette Grün, was macht das? Es umfängt mich, ne? Es umfängt mich! Das war's! Das war's!